Hi Freunde, willkommen zurück hier in Kreativers Factorio, meinte ich natürlich. Wir haben hier ein kleines kleines Problemchen, weil ich brauche hier Kupferkabel. Und ich laufe gerade mit dem Zeug da hoch. Und jetzt blicke ich es nimmer. Ich habe hier schon so einen richtigen Scheiß da gemacht, nur damit die da endlich hier die Zahnräder kriegen. Und jetzt brauche ich wieder Kupferkabel. Naja. Nein, hier brauche ich noch keins, aber hier. Kupferkabel. Das heißt, ich muss keine Ahnung was. Oder? Hm? Ich glaube ich... Hi, hier kommt das tatsächlich durch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich mach mal das da weg. Mach mal... Das da weg. Mach mal den Scheiß weg. Und dann mach ich den Scheiß auch drüber weg. Ich brauche hier keine... Da. Auch nicht. Glück gehabt. Und dann kann ich... Den Scheiß wegmachen. So. Ich dachte, das in der letzten Staffel war scheiße. Aber wo ist das hier? Ich habe mich selbst schon übertroffen. Selbst übertroffen im Scheiße bauen. Also was brauche ich jetzt hier? Kupferkabel. Bei den beiden. Das heißt, ich mache jetzt da so ein Ding dahin. So. Komfortkabel. Brauche nur Kupferplatte. Und dann mache ich das da hin. So. Und dann kommt da wieder Strom hin. Ich mach das glaube ich hier hin, oder? Ja. So. Das Ding da. Äh, das Ding da. Da. Und dann läuft das da hoch. Da brauche ich eigentlich hier... Da brauche ich darüber noch ein... Doch, da brauche ich zwei. Äh, scheiße. Ähm... B-b-b-b-b-b. Wie mache ich das denn jetzt? Da brauche ich nämlich auch noch solche Dinger. Solche scheiß Platten. n ich habe keine Ahnung wie ich das jetzt machen soll Kupferkabel kommt da rüber ich weiß schon wie ich das machen soll hey so dann lasse ich das einfach da entlang laufen und das da lasse ich dann da entlang laufen und dann kommt jetzt habe ich das wieder nimmer ist da kommt dann und das von hier doch da so klappt es ich hoffe doch mal schneller kniebohr eigentlich nicht ohne lahmen auf und 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 da kommt er so da braucht er natürlich auch wieder Strom so dann machen wir da wieder das okay hihihi 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 da kommt der Scheiß raus aber für für den nächsten Produktions für Dings da brauche ich hier dann hihihi 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 da hihihi hihihi genau aber zum drei jahren treten nicht braucht das blaue Zeug das blaue Zeug habe ich nicht das macht aber nicht weiter das wieder grünes Zeug braucht grüßes blaue Zeug her automatisierungen da brauche ich benötigt das elektrotechnik mache ich jetzt das jetzt muss ich wappnen bis das ding da fertig ist Prozent da kriege ich auf jeden Fall noch was grünes rein einfach da wieder unten durch und dann darüber laufen lassen okay das passt das dann lasse ich dann einfach noch ein bisschen weiter hochlaufen dann kommt es rein rein und raus dann lasse ich das doch runterlaufen und darüber genau ich hoffe es klappt auch höh 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 wie ein Brot ist denn noch eine Weile hm ich mache jetzt erstmal hier meine Wandweiler 166 Stück ähm hm machen wir die blauen mal da rein wo waren wir denn ein letztes Mal da oben waren wir hm 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 irgendwo da oben irgendwo da oben irgendwo da irgendwo da soo wie weit keine Ahnung ich mach mal bis hier und dann na gut ich könnte da auch gleich gucken wie weit ich es machen will insgesamt glaub bis hier ungefähr bis hier oder da habe ich dann noch genug Platz für irgendeinen scheiß außerdem kann ich den Wald da unten noch abholzen da habe ich dann auch noch ordentlich Platz ok falls die Feinde kommen und ich brauche eine Produktion für Munition die Munition wird dann automatisch gleich an Geschütztürme geliefert so wieder nichts mehr ok das kleine Fetzelchen 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 keine Ahnung was werden wir dann noch zu machen irgendwann da wird geforscht da wird Strom produziert wie sieht es denn aus joo das reicht und da wird das da gemacht Stein habe ich auch wieder genug Kohle habe ich genug auf jeden Fall genug das lagert ja noch hier Kilometer weit und und Puppen 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 jetzt ist hier noch das da fertig zu machen von wie das aussieht das ist ja fast so schlimm wie letztes Mal ja gut letztes Mal war alles kreuz und quer aber irgendwie habe ich das mehr geblickt als dieses Mal höhe naja ist ja eigentlich wenn man so anguckt ziemlich einfach hm wenn man weiß dass die großen Dinger so weit gehen die würden ja sogar noch weiter gehen ich könnte theoretisch einen hier hinsetzen und dann würde er es direkt darüber machen wie das aussieht nur weil der Scheiß hier auch noch so Zahnräder gebraucht hat und nur weil die Zahnräder da hoch müssen musste ich dann darüber gehen damit der Scheiß da rüber kommt r r r r r r r r r dass da überhaupt Platz war r r oh je r das da macht das das macht das das macht das ok da sind vier Stück drin schon hm das da macht das da Das da macht das da. Okay. Das da brauche ich dann zum Dingsdamachen. Das da. Das heißt, ich kann das nicht einfach da runterlaufen lassen. Ich muss hier erst noch eine Produktion hinstellen mit dem Scheiß. Oh je, oh je, oh je. Heoretisch kann ich das dann auch gleich hochlaufen lassen. Ach, das gucke ich, sobald das Ding da fertig... Oh scheiße, ich muss ja nicht nur das da produzieren, sondern auch noch das hier. Hm, naja. Egal. Was könnte ich denn eigentlich sonst schon so machen? Das, das, das. Hm, das da wäre vielleicht nicht schlecht. Stahl. Stahlträger. Verteidigungstechnik. Oder zwei, ich bin besser vielleicht. Oh, Stahlträger und Kupferplatte. Oh. Okay, dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen hier Stahlträger. Da brauche ich auch wieder... Boah, die Scheiße. Oder? Ich glaube schon. Ja. Ich mache das weiter da drüben, glaube ich. Oder ich mache es hier hin. Da hätte ich ja auch noch Platz für eine kleine Produktionsstätte. Hier irgendwo. Ich muss halt Platz lassen, damit das hier durchkommt. Ich glaube, das lasse ich gleich da durchlaufen. Also das da, das mache ich ja da oben. Okay. So. Ähm. 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 Lassen wir das so bis dahinten laufen. Und dann läuft es wieder da rüber. So, genau. Na, nicht so viel. Und dann machen wir da noch mal schweige Dinger. Paar. Das da kommt dann von hier nach da. Und das da so. Genau. Das sind dann die grünen Dinger. Und dann mache ich jetzt erst einmal... Hab keinen Stein. Füffüffüffü. Stein, 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 Stein. So. Fünf Stück werden schon reichen, hoffe ich mal. und dann machen wir da zwei Stück hin das konnte ich eigentlich direkt da hin machen, oder? ja, die Räume ist schon so, drei Platz lassen ne, verdammt eins, zwei, drei ok ich hab zu wenig Knickis ähm, so so, so 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 ah, gut und jetzt das da so das da hoch unten durch und dann machen wir da nochmal eins hin so, passt denke ich mal oder ich lass das einfach so und dann kommt da so einer hin da kommt das hin, wo ich jetzt wieder nicht hab da kommt noch so ein Ding hin da eins hin da eins hin, da eins hin, wird schon passen nein, das könnte ich eins zu weit rüber verschieben so 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 geht es mit dem ne, geht nicht ich baue da Kohle uuuhh uuuuhh äh höh 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 das da weg da hin da hin äh nein, nicht da hin da hin so und dann kommt da wieder hab ich wieder nimmer Nein, das brauche ich noch eins. Das kommt... Was wollte ich denn jetzt? Achso, Kohle. Genau. Das kommt dahin. Das kommt dann dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und Kohle. Da brauche ich wieder das da. So und so. Ähm, ja. Nicht da. Das ist dann da. Und da kommt dann... Das dahin. Ähm, hierhin. So. Nein, falsch rum. Hehe. Falsch rum. So rum. Und da rüber. Und dann kommt da das der hin. Und es arbeitet. Mal wieder. Und macht hoffentlich Stahl. Ja, theoretisch schon. Hm. Wenn ich jetzt keinen Scheiß gebaut habe. Mal wieder. Ja. Das macht Stahl. Gut. Hab ich jetzt eigentlich schon das Ding da? Nö, hab ich noch nicht. Brot, nur ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Wie sieht es denn mit den Steinwänden aus? Du warst Sackgassen hier. Steinwände. Geht. 65 Stück. Die reichen zwar nirgendwo hin, aber... Für das könnte es eventuell wenigstens zum Dichter-Zusammen-Machen reichen. Der reiht sogar komplett darüber. Hä? Ah, das reicht. Das reiht locker. Vielleicht soll ich reingehen, bevor ich zumache. Gut. Da drüben... Muss ich, glaube ich, auch noch hochgehen. Glaube ich. Da ist das Ding da. Ja, da muss ich auch noch hochgehen. Am besten nehme ich aber das da mit. Und das da? Öh. Nein, ich gehe hier irgendwie hoch. Eieieiei. Darf ich wieder irgendeinen Scheiß abreißen? Gar keinen Bock. Grad. Ah, das hat gespeichert. Mal wieder. So. Dann müssten wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis das Ding da fertig wird. Und dann könnten wir da oben noch zwei blaue hinsetzen. Ja. Und hier mit einem gelben, einem roten, gelb, rot und da gelb, gelb und rot wurde dann raus transportiert. Und dann geht's. Und dann geht's. Ähm. 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 Es geht hoch. Nicht so weit. gut. So. Das geht da rüber. Äh. Das ist schnell. Scheiße. Ups. Ich hoffe, das reicht. So. So muss das. Dann kannst du da wieder raus. So. Und dann kannst du da wieder runter. Oder rüber. Genau. Tschüss. Oh je oh je oh je. Was mag ich denn nur für ne Scheiße? Mann, 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 Mann. Nein. Ähm. 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 Den Scheiß brauche ich auch da oben, oder? Das brauche ich gar nicht hier. Ähm. Das brauche ich. Äh. Wo brauche ich das jetzt nochmal? Keine Ahnung. Ähm. Ähm. Ach egal. Ich lass das jetzt erst mal so. Ich reiß das jetzt nochmal ab. Alles. Nimm den Scheiß gleich wieder mit. So. Und dann mache ich jetzt hier Pause für heute. Ähm. Bei euch Schluss. Und warte bis die Automatisierung 2 fertig geforscht ist. Und dann geht es weiter. Und dann. Dann. Dann wird man sehen wie das weiter geht. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.